Hallo und willkommen zurück auf unserem Kanal, hier in unserem kleinen Dachgarten. Wir schauen jetzt mal zu unserem Großvater, ob es da irgendwelche neuen Möglichkeiten zum Sprechen gibt. Ich fühle mich etwas schlummerig. Schlaf ist eines der besten Mittel, um deinen Körper heilen zu lassen. Vielleicht kannst du hier später wiederkommen. Okay, das war ein ziemlich deutliches Verpiesel-Dich. Joke mir über das Gartenzeug. Also das heißt, ab ins Archiv. Irgendwann wird Aileen dann schon auch fertig sein mit Claire. Aber noch nicht. Dann huschen wir mal ins Archiv. Hallo, Joke. Das ist ein interessantes Buch, aber die Bemühungen des Lektors sind kläglich. Verkehrt gesetzte Apostrophe, typografische Fehler und ein Drittel jeder Seite behandelt Dinge, die schon gesagt wurden. Worum geht es in dem Buch? Es ist schwer zu sagen. Gerade wegen des mangelnden Geschicks des Lektors. Aber es sind nur regionale Aufzeichnungen. Ich hoffe etwas mehr über Mutation des Flora auszugraben. Kontext für die Enzyklopädie, verstehst du? Ich wollte nachfragen. Ich glaube, es war Nonno gar nicht in den Sinn gekommen, dass andere das Buch auch benutzen könnten. Was sind das für Symbole neben dem Namen der Pflanzen? Ah, ja, ich habe sie oft gesehen und mich gefragt, ob ich ihn fragen soll. Aber es gab damals Wissen, dass er von Marni erlangt hatte. Mir war nicht wohl bei dem Gedanken, ihn danach zu befragen. Ich werde noch etwas weiter nachforschen, um dir nützlich sein zu können. Ähm, wer war denn Marni? Marni hat eine große Rolle in unser aller Leben gespielt. Aber für deinen Großvater brachte sie ein Erwachen, das alles veränderte. Wusstest du, dass sie es war, die uns angeführt hat, nachdem der Monddrache eingeschlagen ist? Der Meteor. Das war selbst noch vor meiner Zeit. Als der junge Nonno unsere Küste erreichte, war die große Katastrophe 44 Jahre her. Marni führte uns aus der dunklen Zeit heraus, als das Festland, das sich vor unseren beginnenden Mutationen fürchtete, uns im Stich gelassen hatte. Sie hat uns zusammengehalten, geholfen, neu anzufangen und das anzunehmen, was sich verändert hatte. Sie klingt wie eine wahre Anführerin. Das war sie wirklich. Sie hatte ein ganz besonderes Charisma. Nicht laut oder herrisch, aber wenn sie etwas sagte, hörte man zu. Sie hat es nie gemocht, uns etwas aufzutragen. Sie hat uns immer nur eingeladen, nachzudenken und zusammenzuarbeiten. Und so, vermute ich, hat sie auch Nonno Dinge gelehrt. Und so versucht er jetzt auch dir etwas beizubringen. Es ist Nachmittag. Und Joke ist weg und ich stehe hier immer noch so total verlassen und allein und kann hier immer noch nicht mehr anschauen. Also hier geht es wirklich hauptsächlich über die Gespräche. Ja, und die schlafen, äh so schlafen. Die liegen und dösen jetzt süß vor sich hin. Das ist doch schön. Schauen wir doch mal, ob Aileen jetzt Zeit hat. Aileen hat keine Zeit. Ich glaube, bei Aileen ist jetzt zu. Aber die müsste ja jetzt am Leuchtturm stehen. So, hat Aileen sich letztendlich am Leuchtturm versteckt. Ich sollte mal nachsehen, wie Tungel mit dem Boot vorankommt. Vielleicht kann ich ja mit ihm mitfahren, anstatt mit Graub, wenn ich abreise. So, Wohamani klingt super cool. Sie hat also Opa alles erzählt, was er weiß. Ich sollte morgen nochmal hingehen. Vielleicht findet Joke noch mehr Garten, Schrägstrich Magie, Zeugs. Okay, dann lasst uns mal zum Leuchtturm. Ach, guck, Joke. Kai, meine Liebe. Ich habe mich schon zurückgeschlichen. Ich habe immer das Gefühl, es müsste geschleicht heißen. Geschleicht? Genau genommen verlasse ich mich auf die Pläne der anderen, was meine Mobilität angeht. Aber ich nehme eine frühe Rückkehr gerne in Kauf, wenn ich dafür beim Barbecue dabei sein kann. Aileen war so nett, mich zurückzubringen. Sie ist irgendwo anders hingegangen, falls du sie suchst. Alles okay? Nun, wenn ich ehrlich bin, war sie ein bisschen stiller als sonst. Ich glaube, sie hat... Sie ist nach Westen gegangen, auf der Suche nach etwas Ruhe. Es ist wundervoll da draußen. Dennis und Tung haben sich alle Mühe gegeben, damit ich mit dem Rollstuhl den Spazierweg dorthin bewältigen kann. Oder den Laufsteg vielleicht. Obwohl das leider an Kleidungsvorführungen erinnert. Ist sonst noch jemand unterwegs? Tung ist im Hof, glaube ich. Schön zu sehen, dass er ein eigenes Projekt für sich entdeckt hat. Ja, und da schauen wir dann auch gleich hin. Ach, guckt. Da bereitet jemand Barbecue vor. Bopeck läuft das Wasser im Mund zusammen. Beim Gedanken an Barbecue voll verständlich. Mh, lecker. Aber vielleicht noch etwas mehr scharfe Soße? Dann wäre es noch leckerer. Begiss es, boh. Mehr kommt da nicht rein. Nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Wenn es fertig ist, kannst du reintun, so viel du willst, aber nicht in das, was für alle ist. Aber es schmeckt so viel besser, wenn man die Soße beim Kochen reintut. Willst du denn wirklich wieder ohnmächtig werden? Das wird dieses Mal nicht passieren. Oder willst du, dass alle anderen auf dem Boden liegen? Dann ist niemand mehr übrig, der dich wieder aufhebt. Ach, aber schon lecker. So, Claire. Oder gehen wir erst mal zu Tum. Entschuldige, ich bin etwas verschwitzt. Gestern habe ich mich plötzlich etwas doof gefühlt, deswegen ich weiß auch nicht. Ich dachte plötzlich, dass ich es vielleicht nicht hinkriege. Das Boot wieder flott zu machen? Das kommt danach. Heute schmirgle ich all die alte Farbe ab. Denn es hat mir gesagt, ich muss die Stellen, die abplatzen, abschmirgeln. Aber jetzt, wo ich angefangen habe, möchte ich das ganze Ding abschmirgeln. Ich kriege die Seepocken auch nicht anders ab, glaube ich. Ein neuer Anfang. Genau. Denn es hat mir geholfen, das richtige Schmirgelpapier auszusuchen. Ihr beide scheint euch nahe zu stehen. Er hat mich quasi miterzogen. Als mein Vater uns verlassen hat. Mori hat sich um Mama gekümmert. Wir wussten ewig nicht, ob er verschollen war oder einfach nur weggegangen. Und ich schätze, ich bin damals ein bisschen wild geworden. Wild? Als ich fünf war, war ich größer als meine Mutter. Mit sechs größer als mein Vater. Wenn ich wild werde, ist es schwer für Leute mit... Ich glaube, ich jage ihnen dann Angst ein. Aber Dennis ist winzig. Er hat mich immer abgelenkt. Lies mich Tests an den Papu-Wurzeln machen. Und ich durfte ihm helfen, Dinge zu bauen und zu warten. Also, ich weiß nicht. Sei nachsichtig mit ihm, wenn du kannst. Okay. Okay. Ich kann jetzt nicht reden, See-Krümmel. Meine Aileen wird jede Sekunde hier sein. Jede Sekunde. Ach herrje, der Arme wartet auf seine Aileen und die will aber gar nicht... Ich jag da so ein paar Hühner vor mir her. Weil da ist nämlich Aileen. Oh. Hey. Alles okay? Oh. Klar. Ich liebe diesen Ausblick. An klaren Tagen kannst du kilometerweit gucken. Oder sagt man auf See Meilen. Meilenweit. Auf See sagt man Knoten. Komisches Wort dafür. Knoten fühlt sich irgendwie so zusammengeschlungen an. Man kann die Boote kommen und abfahren sehen. Und am Leuchtturm zu sitzen. Es fühlt sich an, als würde man auf alle aufpassen. Weißt du, was ich meine? Wovon träumst du, Kai? Ganz ehrlich? Von meinem Vater. Ich träume oft von ihm. Er ist dann immer auf einer Insel in den Wolken. Er ist bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Deswegen wahrscheinlich. Oh Süße, das ist traurig. Es tut mir so leid. War es schwer, ohne Vater aufzuwachsen? Äh, ich kenne es ja nicht anders. Ich wollte nicht neugierig sein. Für deine Mutter muss es auch hart gewesen sein. Hier bei uns sagt Mori immer, dass wir die Kinder alle zusammen aufziehen. Und auf eine Art tun wir das wirklich. Du hast nicht nur eine Mutter- oder Vaterfigur, sondern drei oder vier. Tut mir leid, Liebes. Ich weiß nicht, warum ich das alles erzähle. Wir sehen uns dann nachher beim Barbecue, ja? Ich bleib noch ein bisschen hier sitzen. Und zack, ist es Abend. Das ging jetzt irgendwie schnell. Was bist du denn? Jetzt konnte ich ihr irgendwie gar nicht mitteilen, dass ihr Liebster eigentlich auf sie wartet. Ob ich das gekonnt hätte? Hm. Das Boot ist jedenfalls weg. Er ist noch nicht wieder da. Tung ist auch nicht da. Kalea ist auch weg. Und da sind alle beim Barbecue. Anrufen kann ich Mama noch nicht. So, Barbecue-Time. Krabbelkäfer. Oh cool, du bist gekommen. Wie schön von dir, dass du dich uns anschließt, meine Liebe. Neben Aileen ist noch ein Platz frei. Okay, ich kann anfangen zu servieren. Wonach ist dir zumute? Ein liebevoll mariniertes Munchak-Steak? Oder lieber was für Vegetarier. Buchennuss-Blaufahnen-Auflauf. Ich sage Steak. Erstklassiges Munchak. Perfekt gegart. Keine Sorge, wir waren sparsam mit der scharfen Soße. Buh. Okidoki. Hat jeder etwas zu essen? Oh nein. Was ist los, Kumpel? Er kann es dir ansehen. Da ist eine Rede im Anmarsch. Das Essen wird... Dennis, ich bin der Gastgeber und der Gastgeber muss zur Begrüßung eine Rede halten. Wir haben schließlich Gäste. Wie wäre es mit einer Rede nach... Schst! Also, wie ich gerade sagen wollte, haben wir heute einen ganz besonderen Gast in unserer Mitte. Kai, sei so nett und bewege deinen hübschen Hintern von deinem Sitzplatz. Äh... Wirklich frech. Wie ich gerade sagte. Was sagte ich gerade noch gleich? Du bist der Gastgeber. Es gibt doch nichts über Spikes naturgegebene Konzentrationsfähigkeit. Halt die Klappe, kleiner Mann. Kai, als ich dich kennengelernt habe, Weißt du, was mir da aufgefallen ist? Äh... Keine Ahnung. Was mich umgehauen hat, war... Äh... Kumpel, fällst du uns gleich um? Oje. Hunger, ja. Na gut, ich komme zum Punkt. Ich wollte nur sagen... Danke. Die Leute, die uns kennengelernt haben, waren immer etwas überfordert von unserer kleinen Gemeinschaft. Und seit Nonno krank geworden ist, ist es wirklich hart für uns alle. Aber deine Ankunft hier? Ich weiß nicht, es liegt einfach irgendwas in der Luft. Die Dinge scheinen sich zu bessern. Wow, ähm... Danke, ihr habt mich alle so lieb aufgenommen. Es war viel leichter, als es hätte sein können. Oh, das haben wir sehr gerne gemacht. Essen, essen, essen. Bobbeck, wir sind gleich soweit. Die Party kann jetzt losgehen. Essen fassen. Ja. Und scharfe Soße, du solltest ihn mal sehen, Liebes. Bobbeck, meine ich. Wenn er zu viel scharfe Soße gegessen hat, wird einfach ohnmächtig. Stehst du auf so scharfes Zeug? Ich weiß nicht. Zu Hause koche ich meistens selbst, deswegen ist alles immer genauso würzig, wie ich es mag. Essen ist komisch. Früher habe ich scharfes Essen gehasst. Aber jetzt kann ich nicht genug davon kriegen. Wie es aussieht, weiß ich schon etwas über dieses Kleine. Möchtest du auch mal Kinder haben? Vielleicht? Ich schätze schon. Hast du irgendwelche Verehrer? Bei dir zu Hause vielleicht? Äh. Na ja, ich schätze, da gibt es jemanden in der Schule. In meinem Schwimmteam. Wir schreiben uns Briefe. Und stecken sie uns heimlich gegenseitig ins Schließfach. Ähm. Ich weiß nicht mal, ob sie mich so richtig mag. Ich schätze, das ist irgendwie bekloppt. Oh nein, Schatz. Ich finde, das klingt bezaubernd. Graubert will, dass wir von hier weggehen. Woanders hinziehen. Uns irgendwo in einer Vorstadt niederlassen. Die wahre Zivilisation nennt er das. So richtig klischeehaft. Natürlich würde er immer noch die sieben Weltmeere befahren oder sowas. Für ihn würde sich nichts ändern. Nur, dass ich dann von einem hübschen weißen Zaun umgeben wäre. Hey, Bobik, reich mir mal die scharfe Soße. Das war vor meiner Zeit. Du bist älter als ich. Viel älter. Ich meine vor meiner Zeit in Mutationen. Wann bist du nochmal angekommen? Vor 25 Jahren im Sommer. Es war der erste richtig heiße Tag. Ähm. Okay, wir können mächtig gutes Gedächtnis in die Liste deiner Eigenschaften aufnehmen. Claire muss damals 15 gewesen sein, du meine Güte. Nun, dann war das zwölf Jahre vorher. Vor 36 Jahren ist Nonno hier angekommen. Damals war ich quirlige 38. So eine lange Zeit. Es hat sich angefühlt, als würde der Sommer niemals enden. Ich würde behaupten, dass einem Dreijährigen alles endlos vorkommt. So viele neue Freunde. Die schmutzigen Hände auf all den weißen Kitteln. Eine seltsame Zeit. Ich würde sagen, ein Ründchen bleiben wir noch. Kai, Mori hat erzählt, dass es Nonno schon viel besser geht. Kehrt seine Gesundheit wirklich zurück? Na los Kai, sag's ihnen. Er saß in der Küche und hat Tee gemacht. Erstaunlich. Das beweist, was für eine enge Verbindung zwischen Körper und Geist besteht. Ja, das hat offensichtlich mit deiner Ankunft zu tun, Kai. Ja, wenn die wüssten, aber nur so indirekt, ne? Er wollte dich so gerne sehen. Frag, was ihn krank gemacht hat. Wovon ist er denn, ähm, krank geworden? Also, wir sind uns da nicht ganz sicher. Es gab da mehrere Ereignisse. Es war eine traumatische Zeit. Für uns alle. Wir haben das alles etwa ein Jahr später hinter uns lassen können. Aber Nonno hat sich irgendwie nie erholt. Was für Ereignisse denn? Genug trauriges Gerede. Soll mir das Gastgebertum gelingen, muss ich ein Toast ausbringen. Oh, jetzt wirst du zum Dichter oder was? Das stimmt, das hat sich gereimt und ich hab's voll falsch betont. Oh ja. Wir werden hier vielleicht dicht, aber du wirst noch ein echter Dichter. Hier haben wir doch etwas, über das wir ins Schwärmen geraten können. Die echte Wunderheilung einer chronischen Krankheit. Also, darauf hebe ich mein Glas. Auf Kai. Und auf Nonno. Hey, das Essen war echt lecker, aber ich glaube, ich mache noch einen Verdauungsspaziergang. Ich werde ganz schläfrig, wenn ich hier so satt gesessen herumsitze. Ach, bist du sicher, Krabbelkäfer? Lass dem Mädchen doch etwas Ruhe. Wir sind nachher immer noch hier. Komm wieder und häng mit uns ab, wenn du willst. Tung und ich brüten ein paar Pläne aus. Klar, danke. Mach ich. Ja, meine Lieben, und ich würde sagen, mit dem Barbecue beenden wir diese Folge. Und vielleicht hängen wir in der nächsten Folge noch ein bisschen mit Tung und Miu am Barbecue-Platz ab. Ich danke euch fürs Reinschauen und bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020